Freunde, der Stream ist online aus der neuen Zentrale. Der erste Dual-Stream auch hier gibt. Bonjour! Die Pflanzen so falsch gelten. Nein, die Pflanzen sind cool. Freunde, ich bin zugehypt. Wir haben das Spiel von EA bekommen, Freunde. Aber wir sind froh. Really? Das ist so cool. Das ist so cool. So cool. Es geht hier los! Freunde, wir gehen rein. Guckt jetzt, wie das aussieht. So hier. FIFA 22. Cool, 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 cool. Was soll ich nehmen, Nationalität? Was denn in Deutschland? Mein Ziel ist jetzt, zum Start von FIFA, so viele Coins wie möglich zu geben. Oh, das war ein Klostermann. Ich dachte, das wäre ein Klosdi. Oh Gott, das ist er recht, Rikos. Was ist das? Fortuna, das ist ja da. Fortuna, das ist ja da. Warte, warte, wichtiger Moment jetzt. Ich bin mir gerade nicht sicher, bitte später erneut fragen. Nein, meine FIFA Points sollen bei Food21 verbleiben. Ja, ich möchte meine FIFA Points von Food21 zu Food22 vertragen. Ja, ich will. Glückwunsch. Dankeschön. Es müssten 180.000 oder so da sein. Und da sind wir drinnen. Stopp! Und da sind wir drinnen. RTG-Account. Ja, okay, was machen wir? Wer zuerst Rockout zieht, der muss den anderen 20 Gift-Subs. Erster FIFA 22 Streamsäger. So ein erstes Mal habe ich hier gerade. Komplett ins kalte Wasser geschmolzen worden. Links und rechts. Der letzte Wette los. Der letzte Wette los. Die Nackenkissen sind auf dem Weg. Die ersten sind auch schon rausgegangen. Die sollten diese Woche spätestens... Was war das? Oh, die Baller! Shhh! Ich hab' einen Morkau. Ich hab' einen Morkau. Ich hab' einen Morkau. Ich hab' einen Morkau. Das ist dumm, Digga. Bala! Stivala! Digga, das war mir ein zehntes Back oder so. Ob ihr mir glaubt oder nicht, meine Nachbarn sind schon einmal hochgekommen, weil ich am Sonntag gebohrt habe. Unter mir wohnt ein 18 Monate altes Kind. Aber denkst du, es interessiert mich, dann soll's halt woanders schlafen gehen, wenn ich hier einen Spieler spiele, der gut ist und ich mich aufrege wegen FIFA 22, dann ist es nun mal so. Dann sollen sie halt ihr Kind woanders hinstellen. Digga, ich hab' hier noch keinen Spieler gezogen, der über 2000 Müsse kostet. Stürmer! Lila! Ich brauch' einen Morkau. Flamme! Flamme! Oh! Ne, was ist das? Mann, Digga, dein Geld noch wenigstens Geld ist. Ich hab' Corona gezogen. Ich hab' einen doppelten Corona gezogen. Ne, kein Joke, Digga. Corona, Corona. Was ist denn das? Edi, es gibt Patrick als Trainerkarte. Ach, und als Spieler auch bestimmt, ne? Digga, Patrick wird selbst mein Trainer. Ich will die erste Icon ziehen. Was denn? Guck, das ist Champions League. Wenn das jetzt eine Champions League-Karte ist, dann hab' ich das System gedribbelt. Belgien. LM. Ja, okay. Ich glaub', die Männer spielen nicht in der Champions League. Wir werden nachher ein Draft spielen. Ja, kommt gleich vor. Ich will, ich will, ich hab' noch, ich will wissen, wie dieses Spiel ist. Was ist das? Stimmt. Guck mal bitte, was das für eine Abwehr ist, ne? Das wird so... Digga, er hat 94 Sprintgeschwindigkeiten und 87 Antritte. Wie groß sind die, Digga? Das interessiert mich auch. 1,84. Cool. Was hat der Mann? 1,90. Ja, da ist er. Das ist ja kleine Schritte. Digga, wir haben zusammen fast 100.000 Zuschauer, ne? Digga, was ist das denn? 70.000. Und wir sind spontan online gegangen, das ist so geil. Und wir sind die ganze Zeit online, weil ich diese ganzen 13-jährigen Schwitzer in der Weekend League mit meinem Pay2Win-Team wegrasieren werde. Ich hab's gesagt. Mach ich auch. Ist mir scheißegal, Digga. Ich schwöre auf alles. Ich gehe nicht offline, bevor ich 5 Workouts gezogen habe. 5? Ja. Aber langsam verliere ich die Hoffnung. Was? Opa Meccano! Cool. Cool, 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 cool. Ey, die wo ist Nackenkissen und Brille? Freunde! Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ey, die Gäller ist in der neuen Zentrale. Guckt euch mal die verrückte Banane an. Guckt euch mal die verrückte Banane an. Guckt mal, wie sympathisch die aussieht. Hier habe ich eine coole Kranke. So ist vor der Weekend League. Ich schwöre, die wird immer so sein. Und ab Freitag mache ich die so hier. Und immer wenn ich verliere, oder immer wenn ich zu Null stehe, ist es noch so hier. Und sobald ich verliere, drehe ich mich um und mache den hier. Dann braucht ihr auch nicht reinschreiben. Ey, wie verstehst du? Ja, das sagt euch der Mann. Das ist deine Bilanz. Das ist meine Bilanz, Jack. Der sagt es euch. Bilanz, guck. Brauchst du aus welchem Bilanz? Guck mal hier. Guck mal hier. Sieht der Mann aus, als wenn der zu Null steht? Ich glaube nicht, Digga. Digga, oder so? Ehrlich fest, ich bin, sag Simon. Ich bin einfach. Ich fass mich. Achso, ihr seid zu. Wow, warte, Flamme! Niggins, kurz, Mann. Mann, Digga. Und David Zilber, hör mal auf. Hör mal auf mit den 63 Bays. Man sieht nichts mehr, ne? Man sieht, man kann nichts mehr sehen. Die ist aber richtig kacke. Die ist dreckig oder so, ne? Also es ist schlimmer geworden. Ne, Sidney, guck mal, das ist Quatsch. Nein, 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 ganz kurz, Digga. So viel Technik, das ist Quatsch, wenn du das umhachst. Deswegen mach es mal weg. Geh mal her. Warum weiten? Gibt nichts. Oh, meine Augen. Oh, nein. Mann, Digga, geht mir doch nicht auf den Sack. Ich hab noch kein Walkout gezogen. Meine Augen. Sieht man das überhaupt bei mir? Also, sieht man das im Stream? Meine Augen und so? Aber du musst so spielen arbeiten, also. Und nicht abschicken. Abschicken. Wie? Achso, ja, aber so, dass man mal... Walkout! Mann, Digga, und dann SSC und Donnarumma. 89er. Ich verstehe das nicht. 89 plus Spiel gezogen. Hä? Von PSG. 89. Wenn sie PSG warten, fragt sich, fragt sich, fragt sich, fragt sich. Heftiger Paris-Walkout. Mein erster Walkout in FIFA 22, Donnarumma. Ich glaub, der kostet sogar ein bisschen was. Einmal nur deswegen. Deswegen haben sie das gemacht. Wadi heißt... Junge. Mit 5... Woah, Sydney, ganz kurz mal. Woah. Pfff. Aber guck mal, da wusste ich, das kann nicht Cristiano sein. Ja. Mehr als 5 Euro. Wenn du im Stream Messi, Ronaldo oder einen von den anderen krassen ziehst, musst du das machen, was dein Top-Kommentar im nächsten Video schreibt. Ja, okay. Wenn es machbar ist, dann mach ich das wirklich. Hallo. Woah. Woah Watson. Mann. Was schließt? Digga, man erschreckt sich. So toll. Digga, stell dir mal vor, das ist eine Icon. Hä? Aber der kostet nichts, ne? Wie kann ich denn den Preisvergleich? Oh. Also du musst schon ein Zeitfenster erwischen, wo ich nicht online bin, das ist sehr haarig. Einfach die Freundin. Alles gut, die weiß Bescheid. Weil du machst schluss. Sie haben... Markiert uns. Oh. Nee. Mann, der... Oh. Oh mein Gott. 84? Na dann, auf ein neues E-D. Ich hoffe, ich überstehe den FIFA 22 Release gut. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Heute und die nächste Zeit auch. Und ja. Gibt es die Lack-Rub? Habt ihr gehört? Mit dem ich liebe dich. Gibt es die Lack-Rub oder so? Nein. Die Frau hat schon... Die hat schon abgeschlossen. Einfach anderthalb Geschwindigkeit. Ja, Digga. Also mach... Das ist das Beste, was ich... Ähm... Whatsapp einfallen hätte lassen können. Digga. Was geht hier mit meinen Packs gerade die ganze Zeit ab? Oh! Oh, es wird es machen! Ich glaube, es hat mich geklemmt. Ich glaube, es hat mich geklemmt. Ey, und ich bin gerade aus den Dings rausgegangen. Aus der Bestellung. Mann, die Auge. Wie toll ist der, Mann? 100.000 nur. Hä? Aber der wird doch safe hochgehen. Oder? Der Billy? Ich mach jetzt eine SPC. Oh! 50 KP. Cool! Hybrid-Ligen, letzte SPC. Ach doch, das krieg ich safe hin. Guck mal hier. Ligen 11. Das heißt, ich brauch eine Nation am besten, ne? Team Chemie 100. Hat keine Zeit. Wir quitten, Chad. Wir quitten. Hat keine Zukunft. Junge, hab ich Stress gehabt. Warum? Die Tüte ist gerissen. Die ganze Zeit ist mir die Wasserflasche runtergefallen. Und ich hab die Tüte nicht aufgekommen. Bon Appetit. Zeig mal. Das kommt noch von den anderen Jobs. Das sind Udon-Nudeln. Digga, hast du mir ernsthaft als... Ich weiß doch nicht, ob du sowas retten hast. Bring mir Klopapier. Ist das gleiche wie Küchenrolle, bloß in klein. Aber jetzt mal real talk. Versuch mal bitte nicht zu kleckern, ne? Das ist echt ein teurer Teppich. Ich hab eigentlich vor, so ein bisschen rum zu kleckern. Aber wenn du sagst, soll ich ehrlich nicht machen? Dann lass ich dir das. Dinger. Allein wie du das hältst, ist schon unruh, Dinger. Du sollst den Sonnzeiten. Stell das doch irgendwo dahin. Was denn das? Du hast dir einfach so Ingwer bestellt. Sah cool aus. Ich mach jetzt in den nächsten 10 Packs. Mots macht er mit... Hast du geschüttelt, du Mixer? Du hast geschüttelt. Es ist mir alle 20 Mal runtergefallen. Digga, es ist hier alles nass. Du hast geschüttelt. Hast du geschüttelt? Lüg jetzt nicht. Hast du mit Absicht geschüttelt? Nein, hab ich nicht. So ein Knecht. Digga, sie ruft mich heute an. Du hast es mitbekommen, ne? Ich bin absolut im totalen Stress, Freunde. Und ich mach... Denk dich übertreibe. Sie hat mich viermal angerufen in 10 Minuten. Und ich bin immer rangegangen. Und sie hat mich so Sachen gefragt, welche Farbe... So Kleinigkeiten, die niemand braucht. Welche Farbe sollte es Kissen haben? Schneidebrett. Schneidebrett. Sie ruft mich an, Freunde. Und ich bin gerade dabei, mein Ding hier aufzubauen. Sie ruft mich an und fragt, ob sie ein Plastik-Schneidebrett oder ein Holz-Schneidebrett hat. Weil ich frage sie, was ist das denn? Digga, ich glaube, ich werde eine Woche nicht duschen gehen und so. War... Wargut! Wer ist das? Mann, Digga. Ruben Dias. Ey, ganz ehrlich, was ist das für eine Wargut-Animation? Digga, du kannst dich doch... Ja. Ja. Mach Stände weg, dann bekommst du einen Wargut. Ja. Ja. Jetzt krieg ich einen Wargut-Zaster. Oh! Opa Meccano zum Zweiten. Wo sind die Hater? Ich glaube, der Mann wird 50k oder so kosten. Eli? Hi. Hi. Was gibt's? Wo drückt der Schuh? Der Chat hat sich nur vorgewünscht, dass ich anrufe als Dinger. Als, äh, die Charlie's noch kam. Du hast den gezogen, ne? Wie war der? Ja, war gut, war gut. Ich hab direkt skippt einfach. Ja, nice dann auf jeden Fall. Ist das dann... Uh, Nehmer. Ähm... Okay. Und sonst, wie geht's dir so? Ja. Ja, in Ordnung so. Ich baue jetzt gerade noch so ein bisschen ein Team auf. Aber okay, jetzt könnt ihr besser sein, den jetzt hier. Na, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Baue ich auch mein Team ein bisschen. Achso. Wie sieht dein Team bis jetzt aus? Ich hab noch kein Team. Ich mach die ganze Zeit nur. Wir bauen das noch, ja. Wir bauen das noch so. Achso. Achso, aber was besetzt so jemanden auf den du setzt, den du schon in deinem Team hast? Noch nicht, ne. Bis jetzt hat sich da noch niemand durchgesetzt so richtig. Achso. Okay. Ja, und bei dir? Ja, ich hab grad einen 87er Müller abgestoßen. Fand ich nicht so geil. Ja. Ich hab einen Pogba stehen, einen Havertz, einen Richarlison halt. Ja, das ist so Standardkarten noch. Okay, okay. Okay, okay. Nice, ey. Dann hält aber die Ohren steif und mach einfach weiter. Ja, ich hab jetzt nicht so viel Ahnung, aber ich glaub, es könnte ja am Ende vielleicht noch ein erfolgreicher Abend sein. Also ich hoffe, ich baue euch auch. Ich hoffe auch, ey. Ich baue jetzt hier grad einen Food Draft und hab 55 Team Chemie. Auch gut. Das ist aber normal, oder? Am Anfang. Ja, das ist halt, man muss erst mal noch reinkommen. Aber ich find euer Setup geil, was ihr euch aufgebaut habt. Ey, dankeschön. Danke. Der Mann war hier vorhin noch am rumschrauben. Ich hab hier jemanden gezogen, der heißt Stark. Hast du den auch schon? Ich hab den sogar auch schon tatsächlich gezogen. Von Hertha, ne? Ja. Und sonst den Kindern? Ey, gut. Gut, gut. Ich will eigentlich das Gespräch nur sagen, Herr Haus zuhören, bis ich halt reinlag. Aber ich merk, das wird grad nicht. Ich hab gedacht. Entschuldigung. Ich hab gedacht, ich zieh noch jemanden guten. Aber gerade ist TH Livakovic. Ohne Tore. Ja doch. Achso. TH. Ja, das hab ich gut gemacht für mich. Ja. Ich weiß auch gut, dass sie das so gemacht haben. Da gab man gar nicht mehr durcheinander. Ja gut. Ey, Edi dann. Ey Junge. Wir hören uns später noch, ja? Ende. Auf jeden Fall dann. Lass es dann so von der Ansichtssache her. Ey. Schau ab und zu vielleicht noch auf WhatsApp rein. Vielleicht kommt da noch ein Brecher. Ich guck doch mal rüber. Ach, du hast ja Poppa gezogen. Vielleicht können wir nachher noch auf korrektes Spiel machen, was jetzt nicht unbedingt 5-0 für dich ausgeht, sondern vielleicht weiter. Ja, okay. Ja. Bist du in Draft? Nee, nee. Ich bau gar noch Steaks. Achso, schade. Ja, okay. Ähm, ja. Du hast mir gewonnen, wenn ich jetzt einen Draft suche, könnte er auch dreimal runter. Ja, ey. Such mal wirklich Draft. Nee, such mal Draft. Es sind gerade jetzt. Versuch so in 2 Minuten Draft zu suchen. Da wird bestimmt niemand so kommen. Deswegen. Ey. Hat mich gefreut, Edi. Mir auch, ne? Ey. Wir hören uns, ne? Tschau. Tschau. Alles gut. Ciao. Alles gut. Digga, er hat Poppa gezogen. Wurde wir denn gefragt, oder? Also chill mal ganz kurz. Ich gehe jetzt ins zweite Spiel. Ich gewinne jetzt. Was? Ich verliere nicht. Im schlimmsten Fall gewinne ich an Erfahrung. Und ich habe gerade an Erfahrung gewonnen. Und es steht keine Bilanz. Es steht keine Bilanz. Wenn mich jemand fragt, 0-0. Hab noch kein Spiel gemacht. Kann nichts vom Gameplay sagen. Ich sage wirklich OP. Wir spielen gegen Richard. So, wir gehen ins zweite Game. Kein Problem. Edi, das ist voll der schlechte Draft. Nein, Chat. Habe ich hier irgendwas? Ach, ich habe niemanden auf der Bank. Wo ist die Maria? Oh, ich muss mit Dolberg spielen. Kasper. Guck mal hier, Dolberg. Er unterschätzt ihn. Schönen mal. Kasper ist quatschig. Ja, komm, wir machen mal. Foul. Play the ball, take the ball. Play the ball, take the ball. Ich werde nie meine Plätze zeigen. Foul. Man, ich will zu viel. Aber du hast recht, Digga. Man ist wirklich dazu verle... Du kannst nichts machen. Die sind da so krass drin, alle im Strafraum. Dann bist du vorbei und wir können da nicht sein kommen. Und jetzt ist es dann. Willst du noch ein Glück? Ja, das gewinne ich. Man, Digga, das Spiel nach unten. Ihr müsst euch vorstellen, Freunde. Nur, es haben wirklich Leute dieses Game. Klar, Content Creator, aber auch sehr... Oh mein Gott, Digga. Was sind das für Gegentore? Alex Moreno. Die das haben. Ist das, ne? Ja. Richard. Danke, Richi. Hä? Aber die, 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 die kommen die ganze Zeit mit rein. Das passt bei mir durch. Na, warte mal. Sieht auch schon wieder irgendwie doch. Nicht so schlecht aus, der Typ. Oh Gott. Oh mein Gott! Ich hab's dir gleich aus. Man, Digga. Was sind das für Gegentore, man? Man, Digga. Zweite Mal. Wuppelt, der kostet 10k. Das ist gewinnig. Mann. Obwohl, ich war später noch auf dem Video. Digga, ich sag dir ehrlich, warum chillen die da so krass hinten die ganze Zeit? Ey, bei mir sind nicht so viele Leute hinten. Es ist Fakt. Nein. Ja, Digga. Ey, ganz ehrlich, ist irgendwas... Schon wieder Konter. Aber ich... Kontern ist es, Chat. Man, Digga, ist... Jetzt mal real talk, ich kann nichts machen. Wie du mich angeguckt hast. Ich dachte, du wirst mich schlagen. Ist klar. Muchacho. Arzt heute, ja. Mann, Digga. 3-0. Das hat er aber gut gemacht. Mann ey, meine Abwehr mit seinen 70 schießen Weakfoot. Und mein Neymann mit 5 Sternen Weakfoot macht er nicht. Digga, ich fühl mich so richtig hilflos schon wieder. Ist so ein Spiel, wo Jordan jetzt gegen mich damit könnte. Schön, Mann. Schon wieder Konter. Du, ich würd jetzt gegen Jordan schützen. Ich glaub, es wär so 9-0. Digga, du... Ich versteh nicht, wo meine Abwehr ist. Kannst du alleine mit den Arten machen. Mach schon. Ich geh ja später hin. Futter die... Nee. Ich versteh nicht, wo meine Abwehr ist, Chat. Ich bin da vorne und dann kriegen die... Die machen zwei vertikale Pässe, die sind durch. Machen wir zurückfallen lassen. Ja, beim 3-0. Jetzt zieh ich ja nicht so ein Spiel oder so. Spielbar oder so. Keine Ahnung. Kannst du eine Idee haben. Mann. Kannst du doch nicht. Was? Mann. Lucas Vazquez, wie konntest du Profi werden bei Real? Er ist 30 oder so, Digga. Er ist 30. Wusstest du das? Da sind schon wieder alle da drin. Es brodelt langsam. Problem ist... Ich kann einfach niemanden einwechseln. Das ist richtig. Weiter geht's! Digga, was sind denn jetzt für Schüsse? also es ist kein job ich habe einfach ein einser ping hierbei kein problem ich muss mir ich muss mir eine matratze denn ich soll wenn ich mir dann wenn ich mit der matratze hole kriegen was la was ne warte mal 45 cool bei der drei uhr nachts gleich abo wie schnell der wann bin ich online sieben stunden wir sind seit sieben stunden online mann digga ist das eine scheiße wirklich mann digga 85 pace er hatte früher über 90 siebter walkout äh teppich meister gut nach am day was geht oh eh kai habibi kai der ist doch safe toll oder 82 84 ja das ist wie immer wobei im mittelfeld einen mit fünf stunden skills ist schon geil auf der 6 oder 8 halt patrick safe patrick wird nicht verkaufen das spiel super braun wow es ist so viel feuer im spiel digga ibra kostet nur 1k spielt das spiel und guckt wenn ihr pack sehen wollt guckt streamern zu wow oh gott chesney digga ich kassier gleich aus mann warum sind denn so viele torhüter über 86 mann digga oh sterling 149 gommis cool ich glaub das ist der teuerste spieler den ich gezogen hab ne nicht mehr gelogen ey warte mal oh gott oi ich zieh die schlechtesten walkouts die es gibt in diesem spiel ja glaub ich zieh zu sein er hat kein matz ich hab matz zu zweimal ja nicht mal schlechte werte wow der lk ist 5 punkte schneller als sancho das kann nicht teuer sein ja aber nehm ich mit er geht bestimmt walkout glaub ich wow 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 bestimmt ein zweifel was wow i see your video on youtube waa ne 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 ist antonio cool der wird teuer sehr cool guck mal das sind packs die ich brauch der icon wär mal cool scheinen alle ganz ganz cool über nacht da hier rein schön ganz dreckig ja da soll jemand oh gott schon wieder digga ich kann euch jetzt sagen dass ich ich bezieh immer die besten spieler ich sag ich zieh den nächsten drei packs entweder gwen du sie äh aua guck mal hier quadrado cool 20k uah 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 du zu uah 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 du uah np uah Der hat 3-Scheine-Weekquote. Ich glaube, der wird niemals über 290 gehen. Also, die werden ihn nicht kaufen. OG19, danke für den Sub. Was ist denn das? Timo Lega! Hä? Hä, wie krass, ziehe ich gerade? Soll ich reinmachen? Ich war alles auf dem Schirm. Guck mal, da kann ich mir vorstellen, der geht auf 215. Was? 91. Der war letztes Jahr auch zu teuer. Ach, ich mach den hier. Ich mach den für 300. Timo wird für 270 weggehen. Digga, es war so spontan, dass wir online gegangen sind, Chat. Boah, Digga, ich dachte Richard. Aber ich glaube, Richard hat 82. Geiler Stream, Freunde. Sehr, sehr geiler Stream. Wirklich cool. Es geht die ganze Woche so. Also, wir sind die ganze Zeit online. Kuss geht raus, Freunde. Wir sehen uns. Fer Legends Local. bis hin zu Ländern. Wohl vernix! auch sein würde siejs!